und somit hallo und herzlich willkommen mit zu Zombie Army eine snappalierte Zombie Army 2 mit dem Daniel meine Wenigkeit! Hallo! einen wunderschönen guten Tag wir spielen Karte Bahnhof wie ihr sehen könnt vorangeprabbelt ja wir verstehen halt eh nur Bahnhof von genau die Bahn! ist die Bahn schon weg? die Bahn! Mama ja na so vor sich hin kennst du die Karte? nö muss nach lauten steht auf standard auf mal eins was machst du da? beträgt mich auch grad wurde eben mal getroffen und bin gleich umgefallen so in der Art du wurdest von ganz vielen abgemetzelt hä? das steckt grad bei einer Form hier ganz viele na ich würde sagen der Host ist scheiße also mit vielen Dank fürs Zuschauen ne? warten auf Horst wär dann schon mal der Rekord gewesen soll ich jetzt nochmal versuchen einen aufzumachen aber bei mir dürfte in Anwendung Playcloids ja nicht stehen aber wir probieren das jetzt hier nochmal weil da waren wirklich bestimmt ungelogen 20 Zombies ja aber vor mir direkt war nur einer ne die hab ich draufgekloppt ich treffe mal wieder gar nix das ist ja nicht selten im Maul na ich bin aber auch nicht besser genau dieses Ghost Reapen hat uns gerade geschädigt ja hey Fluch oh jetzt hab ich die nicht gesehen ne alter Falter trägt kaum noch Munition naja wenn man so schießt wie du schießt ist das kein Wunder als ob du mehr hast ey klar nie viel Schuss hast du noch keine Ahnung 40 ja ich 43 finde den Fehler ja und wer hat mehr erschossen? na ich weil du weniger getroffen hast hehehe ach du bist ein Lappen wenn hier in ein Lappen ist dann lappst du hier du Lappen teils spawnen plötzlich Zombies vor mir der das Munitionskiste guck warum steht der denn jetzt auf? warum steht denn der noch auf? hehehehe Kung Fu rücken an rücken ill voll idiot ne oh demap ja Wollte ich auch gerade sagen. Schießt du ihn in ein Eier oder was? Nee, du. Du hast in ein Eier schon. Da ist hier so ein Typ vor uns. So ein Brenner, Brenner, Brennerich. Ich zöger immer so lange. Ich zöger, wir sind schon mal so leise, voll die Konzentrationsmodus hier. Gar nicht wahr, bin nur AFK. Ja, deswegen mach ich auch die meisten Kills. Überhaupt schon einen. Ach, halt's Maul. Ey, da ist ein Dicker. Ja, was meinst du? Die ganze Zeit schieße du. Boah, Frame-Einbüße. Ja, das gute amerikanische Maschinengewerle. Ja. Adolf! Ich hab Adolf hier sehen. Der sah original aus wie Adolf. Mit seinem Schnauzbart. Der hätt sich bestimmt geklont hier. Bam! 3 für 1. Ich muss nachladen. Komm her! Komm, move! Weißt du, warum ich immer wieder richtig Bock hätte, ey? Wo ich hier dieses ganz normale Snipern. Ja. Boah. Hätt' ich auch mal wieder Bock. Haha. Synchronen Kopfschuss. Boah. Bam! Synchronisiert! Synchronisiert! Da steht das eigentlich auf mal 1 aus der Standardeinstellung. Standard. Red blieb. Wie viel kommen denn da noch? Weck mich wirklich. Dafürs das zum Frag possiamo haben. Guck mir vor wie ein Multiplicator. Colz? noch mal taktisch bei der mann vorbeigeschossene muss man mal wieder hier für die zuschauer mal kurz in die optionen audio die sounds ein bisschen lauter machen weil die musik ist immer so geil oder steht ja eine pulle so mufi m ach hier aha jetzt kommen böse erinnerungen hoch quickscope jungen liegen bleiben er steht natürlich darauf das ist ein durchsichtig oder wird transparenz bleib liegen wenn ich nicht wusste dass du schiedest ja ich wusste dass das jetzt wieder kommt bieten warum die Tünio lassen mich mal ich hab Granate geschließen ha 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 boah den hättest aber erlegt ach da ist ja keine kiste ja ich will hier so ne bombe mitnehmen net für komisch Granaten mit nem Messer dran Messergranate das ist nur die Wurfgranate ne das ist nur die Teile hier in den Boden reinrammst diese Mine da die sich mit dem Seil bestimmt ach ja klar natürlich guck mal ich hab nem Messergranate ha 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 erst kannst du zustechen ja wer hat da kann ne ne dann reicht du sie wieder raus oder wirfst den Typen gleich mit falls du schaffst ha 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 oh der musste mal auf Klo ja ha 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 ach guck mal hier in den pot rein muss man das klo hier reingucken ist geil möchte wie cornflakes bisschen milch drüber und dann auch auslösen wie bei dir zu hause im kühlschrank auch mal ein alter war stiller was ist ja stellen sie direkt davor hauptsächlich die meisten kinder kleine gar nicht ich wollte nur nicht dass er noch mal aufstehen ja 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 ich höre doch hier schon diese ich habe mich schon wieder umgeguckt ich habe schon wieder die stimme die stimme die stimme die stimme ja stimme stimmen ja das bin ich nicht man erst mal eine stimme haben ja so eine tolle erotische wie meine ja ja kränkliche dir quäke was du darfst ja ich habe eine erotische stimme habe ich ja ja wenigstens was wenn dir erotisch ist nur die dicken kochones und zu dir sage ich ja nur baug ey dicken kochones sind auch nur so dick weil sie schon anfangen zu gammeln und aufblähen wenn man bei dir guckt sagt man nur noch baug kramt aber wieder in aller tiefsten kiste ja da muss am besten schmerzen hm ne ne wieso komme ich hier nicht durch weil du blöd bist das ah hier leertaste intrigieren oh oh ich glaube ich soll er in alles was tickt ist hochexklusiv überlege die belare rum überlege überlegen nicht überlegen schieße ich oder schieße ich nicht ich würde mal für rückzug stimmen ja arm schuss tot ja von hinten von hinten what the fuck ach du scheiße vielleicht sollten wir uns in das haus zurückziehen ja 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 nein keine gute idee nein was machst du denn schokomool komm ins haus rein das haus ist aber eine sackgasse egal dann sterben wir halt in der sackgasse das ist halt im kreisverkehr oh nein 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 jalla alter lacht nach wo bist du direkt vor mir und ich treffe nicht alter das war schon wieder kurz vor ja das war schon mehrmals kurz vor ja klar atombombe geht hoch strahlen schon aus wie so eine atombombe mir steht wieder auf mir steht wieder auf ach du scheiße dass wir jetzt zurück da wo wir hergekommen sind am besten hin genau da war ich noch ja nicht weg so ich werde angeknuspert knusper 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 knarzer wer knynen in base oooh dankeschön jetzt lagde ich granate natürlich nicht töte sie nein also mit vielen dank wirst du schon bis zum nächsten mal tschüss